Hier ist er auf der Waage, hieß früher König Arthur, will wieder King werden. Herzlich Willkommen, Ihr Beifall für Arthur Abbao! 76,1, der besitzt Goldbomben und hinter ihm, er steht eigentlich sonst im Vordergrund, wenn er morgen wieder steht, ist ein Trainer, der einen Femel hat für Hosenträger. Er ist achtmal hintereinander.